Becken im Fernsehen, Alter. Hey, ich hab ein Problem. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Ich möchte mich umbringen. Ja, dann bring dich um, du Hurensohn. Dann ist die Welt von solchen Hurensohnen wie dich befreit. Bitte um, Hurensohn. Bitte bring dich um, bitte. Bitte geh Suizid. Oh, bitte bring dich um, bitte. Tu uns allen einen Gefallen. Sag, mach den Robert Enke. Mach einfach den Robert Enke Style, werf dich vorm Zug, ja. Und dann ist vorbei. Du kleiner Hurensohn. Junge, man versteht kein Wort. Nimm mal Schwanz aus dem Mund, Alter. Du elende Missgeburt. Er ruft direkt aus dem Bunker, ey. Na, Bent? Ey, ich hab ein Problem. Das ist ein Mann. Ich auch. Aber im Bayshed sind lauter Hurensöhne und Hurentöchter. Was kann ich dagegen machen? Wie da draußen, komm gar nicht mehr rein. Es. Wie bitte noch mal. Wie sie hier raus, komm nicht mehr rein. Probierst du dich echt. Wenn du mal Schwanz aus dem Mund, Alter. Na, mach ich morgen. Heute nicht. Du Hurensohn. Ich hab ein Problem. Ey, du Hurensohn. Ja. Wenn du jetzt die Null drückst, bist du ein Hurensohn. Wenn du jetzt die Null drückst, bist du ein Hurensohn. Wenn du jetzt die Nulldrücken. Ey, wenn du drückst, bist du ein Hurensohn, ne? Ich sag's dir noch mal. Ja. 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 Witzig, ne? Ja. Ja. Na, Ben. Hurensohn, GmbH, hier sind ein paar Hurensohne. Ja. 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 Wie geht's dir? Hey, ich glaub du bist gut. Und gleich? Auch? Warum lachst du? Weil es irgendwie grad ne lustige Begriffung war. Wieso nabend? Das ist doch... Weil ich halt nach halb 10? Oh. Okay. Weil viele sagen so... Woher kommst du? Wie bitte? Woher kommst du? Wie ich heiß? Meisten. Die meisten gehen so dran. Woher kommst du? Kenn ich. Ohne zu grüchen, das ist ganz normal. Was wäre? Würde du für mich stöhnen? Nein. Warum? Babbeln! Guten Abend. Hallo. Gesundheit. Das war ein hoher Ton. Hallo? Der große Hurensohn. Babbeln! Hallo? Wenn du jetzt die Null drückst, bist du ein Hurensohn. Er will nicht. Er will einfach nicht. Ich glaube, das ist ein Hurensohn. Ich glaube, die Diagnose Hurensohn wurde dann festgestellt. Keine Möcke. Oh Gott, ey. Aktion! Oh, er hat mir nur gesagt, das ist ein Hurensohn. Ich muss aber auch gehen, weil ein Handy-Akku... oder ein Handy-Tilfon-Akku leer ist. Oh, Junge, Junge, Junge. Marcel muss mal anrufen. Und Marcel, hast du genug Aufnahmen? Der ist gemuted, Alter. Der hört schon zu, keine Angst. Ich glaube, ich nehme erst das Telefon. Ich könnte auch ein Hurensohn. Ich könnte auch ein Hurensohn. Ich könnte auch ein Hurensohn. Ich könnte auch einen Hurensohn. mehr Flagers gedrückt. Ich könnte auch das Turm in dencca energies feststellen.